Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA San Andreas. Wir können direkt am Schluss hier weitermachen. Ich hoffe, die Schutzweste reicht noch. Keine Ahnung, was hier kommt. Oh, fuck. Oh, you mink mongrel. Oh, sorry. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hanford? That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what a snail's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, alright? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, Flo. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f- Torino! Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last straight for me, okay? Hold up, mate. Hold up one second. Communist at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me! Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dawg. I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Come on, there you go, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on. You having that, Mac? You having that? Look, I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shitting. When I shit you, Carl, there's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you brief as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say, you'll be home for a flow job and a bologna sandwich. Yeah, then we'll see if that's so. Good. Please, sir. Look. Not bad. Why are you here today? They ain't even done, not bad. They ain't even done, not bad. They ain't even done, not bad, but bad. But, that's what a bad boy. Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Uh, well, no. Actually, no. Okay. Finde den Kontrollraum, um die Boden-Luft-Raketen zu deaktivieren. Oh, Klau-MLD-DHF, nein! Und die Waren nicht alarmieren, okay. Checkpoint! Huch! Okay, hat's voll geloten. Hab ich wieder sehr gut hingekriegt. Wäre ich besser erstmal so an denen vorbei geschließen anscheinend. Fuck. das war schon mal schlicht egal ich probiere das mal ganz von vorne muss sowieso besser so ich denke das wird es dann doch um einiges leichter machen wo bin ich denn so ok moment ich dachte er wird tot so so Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das so nervig? Ich weiß nicht so genau, wo ich eigentlich hin muss. Hier wäre zur Not mal noch ein Snackautomat. Hier bin ich anscheinend falsch. Keine Ahnung, ich muss auf der Höhe eigentlich bleiben. Das treibt mich in den Wahnsinn. Da sind ja 100 pro drunter welche. Das geht so nett. Aber wie komme ich da hin? Und quasi von unten? Also so dramatisch wäre es das glaube ich nicht, wenn ich jetzt weiß wo ich langlaufen muss. Ich kriege das nicht hin ohne Alarm. So viel ist schon mal sicher. Ich glaube mein Hund trömt. Das war so schlicht gerade. Okay hier sind die Chats. Ich würde aber gerne einmal kurz hier zumindest mein Leben auffüllen, wenn ich schon keine Weste mehr habe. Das war so schnell. Das war so schnell. Das war so schnell. Das war so schnell. Kann man einfach bitte den Ton hier abstellen? Das war so schnell. Das war so schnell. Das war so schnell. Das war so schnell. Das war es. Das war so schnell. Ach Gott, der GD-Hekt hoch. Okay, das ist quasi dann so ein Hover-Modus, ein bisschen wie ein Heli zu steuern. Ich glaube, ich bleibe immer mal dabei, weil ich eine Katastrophe im Fliegen bin. Ach du Kase, okay, ich muss doch wechseln. Ich glaube, ich muss doch wechseln. Ich glaube, ich muss doch wechseln. Das ist noch ein bisschen merkwürdig mit dem Chat- und Hover-Modus. Das braucht ein bisschen Konzentration, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss doch wechseln. Ich will gerade sagen, immer noch nicht. Okay, ich fahre ja noch eine, äh, kriege ja noch eine Runde. Aber ich glaube, das pack ich so nicht noch. Was reicht nicht. Das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Vielen Dank. Das war eine sehr gesprächige Folge. Und die Hydra wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein, immerhin. Auf jeden Fall spare ich an. Okay. Okay. Dann waren das auch schon 20 Minuten, weil ich mich so dumm drangestellt habe mal wieder. Wo müssen wir eigentlich als nächstes hin? Dann würde ich dort vielleicht noch gerade zuerst hingehen und dann weitermachen. Äh, Pause machen, so. Im Gegenteil von weitermachen. Gibt noch nichts. Oder? Doch, wir waren wieder da unten irgendwo, gell? Ah, ja. Gut, hier. Und natürlich noch mal eine Weste kaufen, das ist auch ganz klar. Dann flieg ich mal eben dahin. Ist denn hier noch irgendwo ein Waffenladen in der Nähe? Ja. Habe ich mir doch gedacht, dass der so ziemlich auf dem Weg liegt. Dann gehe ich mir nämlich zuerst noch gerade eine Sicherheitsweste kaufen. Ich hoffe, das Ding ist dann noch da, aber ich befürchte es fast nicht. Dann gib mal her. Ja, ja, wie immer. Ihr sagt alle das gleiche, ihr seht alle gleich aus, passt schon. Hier ist auch kein Schiefstand drin. Chat Pack noch da, yes. Können wir auch schnell laufen mit den Dingen. Die Texturen könnten ein kleines Stückchen weiterladen immer, also das Ton. Ist das bei mir in Einstellungen so oder ist das generell in dem Spiel so? Aber ich will jetzt auch nichts vorstellen, weil selbst wenn es so ist, weil sonst mir das Ding wieder ab, da habe ich keine Lust drauf. Ich muss ein bisschen mein Handy im Urge behalten, weil ich noch auf eine Nachricht warte, auf eine wichtige. Irgendwie denke ich, dass das Ding schnell ist, aber irgendwie kommt es mir immer ziemlich langsam vor, oder? Montgomery. Da ist die Gegend hier. Montgomery Burns. Ich würde jetzt sagen, die Autos sind ganz schön langsam, wenn ich schneller laufen kann, als die fahren, aber irgendwie ist das ja Standard. Selbst wenn wir das Chat Pack nicht haben, laufen wir schneller als die fahren. So, da sind wir ja. Okay, klar, dann können wir mit dem Ding nicht. Dann halt so. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.